Hallo und herzlich willkommen zurück zur Theoretischen Informatik. Weiter geht's mit Graphen. Ja, dieses Mal tatsächlich nicht mit Flüssen. Es hat mehr mit Graphen zu tun als mit Flüssen. Ja, aber es ist trotzdem ganz spannend. So, ich hab euch hier mal schon mal einen Graphen vorbereitet. Und zwar wollen wir dieses Mal das Problem MinCut lösen. Also den Schnitt mit dem kleinsten Gewicht, also quasi der niedrigste Fail, den wir machen können. Wir schneiden hier quasi Kanten durch und wir wollen das Gewicht, das wir dadurch verlieren, möglichst klein halten. Und den Graphen somit in zwei Teile unterteilen. So, ihr seht schon, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es wahrscheinlich sich anhört. Deswegen, normalerweise nummeriert man hier noch die Kanten mal kurz durch. Das mache ich hier mal. Achso, ich sollte vielleicht hier mit der 3 weitermachen. 4, 5, 6, 7 und 8. So, und ja, wir teilen das Ganze jetzt in eine Menge S und in eine Menge V ohne S. Also V ist alles, was wir haben. Und, also alles, was wir haben ohne die Menge S. In unserem Fall würde das diese Seite sein, denn hier, wir sehen es ja schon, hier ist das Kantengewicht 4, wenn wir die beiden Kanten hier, also die und die abschneiden, dann sehen wir ja schon, ist es wahrscheinlich, upsala, das Einfachste, wenn wir hier durchschneiden. Das heißt, das wäre die Menge S und das hier wäre die Menge V ohne S. So, und wie wir das Ganze jetzt erreichen, ist folgendes. Wir nutzen einen gewissen Algorithmus, der Kanten immer verschmilzt, äh, der Knoten immer verschmilzt. Ähm, 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 was man macht, ist folgendes. Man sucht sich einfach einen Random Startknoten aus. Also würde ich einfach mal sagen, wir picken uns mal den hier raus. So, und, ähm, ja, jetzt sagen wir, okay, der Knoten, der am stärksten mit diesem Knoten hier verbunden ist, also, äh, bitte stellt euch die ganzen, ähm, Kanten hier als ungerichtet vor, also die sind beidseitig. Denkt euch einfach die Pfeilspitzen weg. Ähm, okay, der Knoten, der am stärksten zu diesem hier verbunden ist, ich fange hier, wobei, tue ich das wirklich? Nein, ich glaube, ich tue das nicht. Okay, ähm, hierzu am stärksten gebunden. Naja, gut, wir haben die Kantengewichte 2, wir haben die Kantengewichte 3, 3, 2, okay, das heißt, wir können einfach irgendeinen nehmen. Und wir nehmen den hier mit 3. So, jetzt haben wir schon die beiden Knoten. Ähm, jetzt suchen wir uns zu diesen beiden Knoten, den am stärksten gebunden aus. Okay, das wäre dann hier 4 auf dem Kantengewicht, 3, 2 und 3. Okay, dann suchen wir uns logischerweise den hier mit 4 aus. Naja, gut, was machen wir jetzt? Entweder der hier mit 4, der hier mit 2, der mit 3 oder der mit 2, oder aber der hier unten mit 3, 3 plus 2, denn hier ist der Knoten mit der 4 verbunden und mit der 3, das heißt, 3 plus 2, hier sind wir bei 5. Okay, das heißt, wir nehmen den hier dazu. Äh, und das ist nicht cool. Ähm, also wir haben den, 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 und jetzt haben wir noch diese 7 hier unten. Ähm, Okay, so, ähm, jetzt nehmen wir hinzu, ähm, den Knoten hier unten, der insgesamt mit Gewicht 7 verbunden ist, oder den hier, der mit Gewicht 3 verbunden ist, oder der hier, der mit Gewicht 3 verbunden ist, oder der hier mit Gewicht 2. Naja, gut, ich würde sagen, wir nehmen den mit 7. Und, äh, ich glaube, wir kriegen hier schon die richtige Lösung vorgeschlagen, der hier mit, ne, wobei, der hier mit 3 oder der hier mit 3. Wir können es uns aussuchen. Ich nehme jetzt mal den hier unten mit den, ähm, ähm, 3 natürlich dazu, damit wir, ja, ähm, damit wir nicht so Probleme haben mit dem Knoten. Okay, so, und jetzt sagen wir, wir nehmen, ähm, hier entweder den hier mit 3 hinzu, oder den hier mit 4. Dann nehmen wir logischerweise den hier mit 4 hinzu, und die 1 bleibt übrig. So, wenn jetzt die 1 übrig bleibt, das heißt, es ist der letzte Knoten, den wir hier genommen haben, dann, ähm, verknüpfen wir diese 1 mit dem am stärksten verbundenen Knoten, also mit der 5, denn hier 1 hat, äh, 1 zu 5 ist Kantengewicht 5, das heißt, die beiden sind sehr stark miteinander verknüpft. Also fügen wir 1 und 5 zusammen. Wir machen das tatsächlich so, wir löschen hier den Knoten raus, ziehen den hier in die Mitte, oh Gott, jetzt ist es unübersichtlich, schreiben hier 1,5 hin. Diese Kante kann man löschen, also das nennt man Verschmelzen. So, und, ähm, ziehen diese Kante hier rüber, und jetzt muss ich kurz durchblicken, wie das hier gemeint ist. Ach ja, genau so. Okay, das heißt, wir nehmen, ähm, diese Kante, ziehen das mal ein bisschen richtig hier, so, und jetzt haben wir hier zwei Kanten von diesem hier zur 2. Naja, gut, zwei Kanten sind blöd, also löschen wir eine raus und, ähm, addieren einfach das Gewicht hier drauf. Das war eine 2, 2 plus 3 ist 5. Gut, so, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir sagen, okay, mit welchen Knoten fangen wir an? Naja, fangen wir mit der 6 an. 6 ist am stärksten verbunden zu entweder dem hier oder dem hier. Ich würde sagen, wir nehmen den doch dazu. Gut, ähm, dann ist logischerweise die 2 am stärksten verbunden, denn hier haben wir eine 1 und hier haben wir eine 5 plus 2, das heißt, wir haben 7 verbunden. Okay, ähm, dann haben wir hier die 3, die dazu kommt, denn die 1 ist immer noch sehr lose. Das heißt, wir haben aktuell hier diese, diese 4 Knoten, 1, 5, 2, 3 und 6. So, dann haben wir hier die 4, die mit 4 verbunden ist und die 7, die mit, äh, die mit, äh, 4 verbunden ist, 3 plus 1. Kommt aufs selbe raus, dann nehmen wir einfach wieder diese 7 dazu und dann bleibt uns kaum was anderes übrig, denn wir haben hier eine 8, die ist mit 3 zur 7 verbunden und, äh, eine 4, die ist mit insgesamt 6 zum Rest verbunden, das heißt, wir müssen die 4 hinzunehmen. So übrig bleibt, bleibt die 8 und die 8 ist am stärksten verbunden mit der 4. Gut, was machen wir? Wir verknüpfen 4 und 8, löschen die 4, löschen den Kanten-Dings hier raus. Ähm, wir sehen, ähm, diese Kante hier wird natürlich auch hier dazugehören, also hat die Kantengewicht 2. So, dann können wir das hier drauf addieren und schieben das ein bisschen hoch und verknüpfen das hier. So, weiter geht's. Wir suchen uns aus, wir fangen mit der 7 von mir aus an. Okay, wir fangen mit der 7 an. Was ist am stärksten verbunden? Die 4, 8 hier. Gut, was ist dazu am stärksten verbunden? 4 plus 3 ist 7 oder die 1? Naja, ich würde mal sagen, 7 ist größer als 1, also nehmen wir den. und weiter geht's, dann nehmen wir die 2 dazu und dann nehmen wir hier die 1, 5 dazu. Übrig bleibt die 6. Ja, tatsächlich die 6, denn 5 ist größer als 2 plus 1. Also, ähm, bleibt die 6 übrig? Die 6, naja gut, zu was ist die am stärksten verbunden? Wir könnten jetzt entweder die 2 nehmen oder wir könnten die 1, 5 nehmen. Das ist eigentlich egal, wie man das jetzt macht. Ich sag einfach mal, wir nehmen hier die hier, die ist schön am Rand, da können wir gut damit zeichnen. Okay, wir löschen den Knoten, löschen das Kantengewicht dazwischen und, ähm, ja, die beiden, äh, also die hier, die 2 und die 5, die addieren sich wieder, da kommt dann 7 bei raus. Dann können wir das Kantengewicht hier löschen und diese 1 bleibt bestehen und geht hier rüber. So, und, ähm, dann haben wir die, ähm, fangen wir mit der 3 an, damit es spannend bleibt. So, die 3 ist am stärksten verbunden mit der 4, 8. Die 4, 8 und die 3 sind logischerweise dann am stärksten verbunden mit der 7 und dann haben wir hier 1 und hier haben wir 3. Naja gut, die 3 ist deutlich stärker. Gut, dann bleibt wieder der hier als letztes übrig, der ist am stärksten verbunden mit der 2. Okay, nehmen wir die 2 mit rein. Dann löschen wir das Kantengewicht, das war ein großes und wir müssen hier nicht mal irgendwas dazu addieren, sondern behalten bei uns die 3. Okay, so, ähm, fangen wir mit der, mit der hier an. Warum nicht? Da gehört die 3 dazu, dann gehört da die, entweder die 7 oder die 4, 8. Es ist völlig egal, welche wir hier jetzt nehmen, aber es ist tatsächlich völlig egal, denn egal welche übrig bleibt, hier das Kantengewicht zwischen den beiden ist 5. Das ist so oder so das Größte. Das heißt, die beiden hier werden jetzt ohnehin miteinander verbunden. Okay, das heißt, wir können die 7 hier reinfügen, das Kantengewicht hier löschen und 3 plus 4 gibt 7, das heißt, das Kantengewicht hier wird 7 und ihr seht schon, worauf es hinausläuft. die 3, egal wo wir jetzt anfangen, die 3 wird hier mit der 4, 8, 7 verbunden oder aber mit der hier verbunden. Ne, eigentlich gar nicht. Wenn wir hier mit der anfangen, dann, ja okay doch, dann schon. Ähm, aber normalerweise würde die 3, weil wir hier jetzt ein Riesenkantengewicht drauf haben, würde die 3 hier reingezogen werden und die Kante gelöscht und dann haben wir unseren Schnitt fertig. So, und hier haben wir 1, 5, 6 und 2 und 4, 8, 7 und 3. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie der Graph am Anfang aussah. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kantengewichte so exakt stimmen, aber man kann es erkennen. Ähm, hier ist 1, 5, 6, 2 und hier ist 3, 2, 7, 8. So, und der minimale Schnitt wäre jetzt hier genau hier durch. Und genau das haben wir jetzt hier eben rausbekommen. 1, 5, 6, 2 4, 4, 8, 7, 3. Das ist diese Vereinigung von der Seite und die Vereinigung von der Seite. Ja, und, ähm, dieser Algorithmus nennt sich, äh, Stor und Wagner oder Stör und Wagner, je nachdem wo er herkommt. Ähm, ja, genau. Also, das war es eigentlich auch schon wieder mit diesem Algorithmus. Der gibt uns einen minimalen Schnitt zurück bei Kantengewichten. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao. Und jetzt oiler.